So, da sind wir wieder bei 2 in 2 und wir sind immer noch in den hübschen Pilzhöhlen unterwegs, aber wir werden gleich von garstigen Pflanzen beschossen. Was nicht nett ist. Ich frage mich gerade, gibt es da unten noch etwas interessantes? Aber aus der Speere, von der man aufgespießt wird, nö. Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir mal lieber hier drüben weiter. Und wir werden gleich schon wieder von Goblins attackiert. Die stellen sich natürlich schön in Reihe und Glied und lassen sich ordentlicher als auf die Decke geben. Ihr kostet einen Voranschlag. Kostet mal einen Hammer. Oh du. Stirb einfach. Äh. Nein, das war so nicht gedacht. Sondern... Mach bumm. Genau. So ist das schön. Äh. An dich komme ich von der Seite aus dann. Ah, nicht ins Gift rein. Pfui. Gift ist böse. Das hat aber mein Ritter wohl noch nicht so wirklich gelernt, dass Gift böse ist. Na egal. Ein bisschen Lebenspunkte hat er doch. Und im Augenblick müssen wir uns eh hin und her schwingen. Oder hüpfen. Äh. Das ist kein unschöner Ort hier. Hier gibt's was Glitschiges. Da müssen wir aufpassen. Gibt's hier unten was? Nö. Aber da sehe ich was. So, dankeschön. Und wie es aussieht, müssen wir hier wieder was bewässern. Der im Felsen, da traue ich nicht. Hm. 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 Kann man sich einschlagen? Nein, kann man nicht. Und du steckst da wirklich felsenfest. Ja. Na, so klappt das leider nicht ganz. Oh, die ist schön lang. Jawohl, nur nicht ganz anheben, sondern mit Gefühl. Sehr schön. Jetzt gehen wir nämlich hier hoch. Hey. Hey. Ach so, Mist, das war falsch, oder bringe ich wieder da hoch? Ich will mich jetzt veralbern, irgendetwas will mich jetzt veralbern. Oh. 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 und das hier hm diese blätter sind komisch ich kann auf die nicht richtig springen ich kann aber diese pflanzen verschieben merke ich gerade na komm mal hier hoch du felsen ich denke mal ich weiß was wir mit dir machen müssen na na bleibst du da oben ich werde von dem stein verarscht so du bleibst genau hier bleibst du da ja fast äh nein warum ich mit den stein sehen da geblieben also hier hat man es echt mit der kamera führung und mit allem äh äh sollte ich nicht eigentlich normalerweise nach fünf minuten irgendeinen hinweis kriegen zum thema rätsel aber sowas von knapp so so und damit was zur hölle was sollte was soll das gut gewesen sein liebe rossi es tut mir leid dass ich nicht bemerkt habe wie du die feier verlassen hast herzlichen glückwunsch zum 16 meine liebe gehen wir morgen durch die geheime höhle in den wald isabel okay da schreiben die schwestern weiter miteinander ihr schicksal schien besiegelt zu sein als die helden durch die kalte dunkelheit der höhlen fielen absolute finsternis umgab sie wie die kiefer eines unbeschreiblichen monsters wo war der trine jetzt äh keine ahnung das war jetzt gerade nicht so geplant ganz ehrlich das wollte ich nicht ich wollte eigentlich erstmal weiter gehen gucken aber nein wir schmalfliegen da runter aber gut ich würde mal sagen da wählte ich wieder mal die aufnahme bis zum nächsten mal